Weltspartag, ein guter Zeitpunkt, sich seine Zinsen anzusehen. Wie viel Zinsen bekomme ich am Sparbuch? Gibt es Verhandlungsmöglichkeiten mit der Bank? Kann ich vielleicht meinen Kredit teilweise zurückzahlen und mir Kreditzinsen sparen? Hier ist eine Besprechung mit der jeweiligen Bank seines Vertrauens sehr sinnvoll. Achtung vor vermeintlich tollen Angeboten, hohe Renditen und kein Risiko. Hier kann es zu großen finanziellen Schäden kommen. Für weitere Informationen hilft der AK Bankenrechner. Einfach auf die AK Homepage gehen und Vergleiche anstellen.